Was geht Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus Sprint to Glory mit Juventus Ruin Zwei Jugendspieler am Start, jetzt nicht allzu heftig, aber besser als gar nichts Oskar Kaiser und Mendes Oskar Kaiser 130 Millionen, wenn wir als erstes Leute, lasst mir mal gerne ein Like da Lasst mir mal gerne ein Abo da, ihr wisst es, falls ihr noch nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren Glocke aktivieren, täglich einschalten Ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr täglich einschalten würdet Wäre auf jeden Fall sehr fresh, bleibt wie immer bis zum Schluss dran Das ist das Wichtigste, ihr wisst es ja, unterstützt ihr mich, werden die Videos besser angezeigt Die Watchtime geht hoch und so weiter und so fort Und das Wichtigste überhaupt, ihr kennt es ja, lasst ein Kommentar da Den haben wir für 219, wir haben die Ausschiedsklausel gezogen Lasst ein Kommentar da, ja gerne einfach kommentieren Welche Mannschaft ihr nach der Juventus Sprint to Glory sehen wollt Ihr wisst es ja, wir machen jede Woche eine neue Das heißt, am Ende dieser Woche, am Sonntag, ist die Juve Sprint to Glory auch schon wieder vorbei Das heißt, dann geht es direkt mit dem nächsten Verein weiter und ihr könnt jetzt eure Wünsche in den Kommentaren äußern Ich danke euch So, dann schauen wir uns mal, wie wir umstellen werden Ich weiß noch nicht so ganz, aber wir gucken mal Weil eigentlich unser Sturm, die würde ich ganz gerne noch alle spielen lassen Weil endlich haben sich Kulusewski und Ken mal verbessert Das ist eigentlich ganz nice Nice Locatelli ist auch auf 93 hoch, ey Das ist eigentlich Das ist jetzt gerade schwer, muss ich ganz ehrlich sagen Ich glaube, wir packen Kammerbinger raus Kaiser kommt erstmal auf die Bank Wurde sich ja Preto auch gar nicht verbessert Aber gut, der ist rechter und linke Flügel kann er spielen Geht es auch rechts im Mittelfeld? Natürlich nicht Aber Alvarez kann rechts im Mittelfeld spielen Probieren wir es mal aus, weil der hat sich letzte Saison nicht verbessert Kulusewski, wie immer, gefällt es nirgendwo Es ist wirklich mit dem, es ist so eine Krise, Mann Ich sage es euch, ne Also, wirklich, Kulusewski, ich kenne keinen Spieler Dann machen wir es mal irgendwie vielleicht so Der unzufriedener ist als Kulusewski Egal auf welcher Position Kaiser kann rechts im Mittelfeld, meine Güte Warte mal, dann machen wir es so Warum kann der jetzt hier nicht rechts im Mittelfeld spielen? Ach, Mann, ey, ich kriege zu viel Wir machen es so, weil Kiesa ist eh Ende maximal Vielleicht einen Ratingpunkt noch, das war's Und dann würde ich sagen, starten wir in die neue Saison, Leute Ihr könnt gerne wie mal reinschreiben, ja Was denkt ihr, Leute? Wer wird der höchste Spieler hier aus dieser Karriere? Ich sage mal so, Kiesa Der wird aus dem Rennen raus sein Da dachte ich am Anfang eigentlich, dass Kiesa es schafft Mittlerweile, Donnarumma ist aktuell der höchste Aber ich glaube, dass Gravenberg noch höher gehen kann, ja Wir hatten Gravenberg ja schon mal auf den 98 In der City-Karriere, glaube ich, war das Oder in der Real, irgendwie so Keine Ahnung Irgendwo hat man den auf 98, ich glaube, City Der ist jetzt auf 94, der hat noch sechs Saisons Der könnte noch auf 99 gehen Na, wieder Bug, 3x3,0, danke dafür Korrekte Sache Ähm, läuft bei uns Könnt ihr auch wie immer gerne kommentieren, was euer bester Jugendspieler aller Zeiten war Dann bin ich mal gespannt Ich bin mir sicher, der eine oder andere wird auch mal einen 99er gehabt haben Einen eigenen Jugendspieler Haben wir bislang einen mit 99 So, wir haben einen Supercup gegen Hellas und internationaler Supercup gegen Leicester Die haben die Euroleague daher gewonnen Wir haben beide Titel geholt 2-1 gegen Hellas Gegen Hellas Muss auch machbar sein, ganz ehrlich Und 2-0 gegen Ähm, Leicester Ich frage mich gerade Wir sind ja Meister geworden Und wir haben den Pokal-Aulets ja gewonnen Ich meine sogar auch gegen Hellas Ich frage mich gerade, wie das hier ist Weil eigentlich spielt ja zum Beispiel in Deutschland ist es so Wenn du Eigentlich spielt ja Pokalsieger gegen Meister Wenn du beides wirst Haben wir schon mal drüber gesprochen Dann spielst du eigentlich gegen den Zweitplatzierten Aber ich bin mir relativ sicher Heiduk Split ist bei uns in der Champions League Ich bin mir relativ sicher, dass Hellas in der letzten Saison nicht Zweiter geworden ist Beziehungsweise ich kann es mir nicht vorstellen Also entweder die sind Letzter Zweiter geworden Oder in der Serie A ist das anders Dass man dann vielleicht, wenn man Meister und Pokalsieger wird Dass man dann nicht gegen den Zweitplatzierten in der Liga spielt Sondern vielleicht gegen den Pokalfinalgegner Und das war Hellas ja in der letzten Saison Vielleicht waren es auch Zweiter Naja, wir haben eben ein Champions-League-Spiel verloren Ein bisschen bitter Obwohl wir eine relativ schwache Gruppe haben Mit Getafe, Heiduk Split Und wer war der letzte gegen die wir gerade eben verloren haben? Irgendeine spanische Mannschaft noch, ne? Das Villarreal oder Oder Reals-Visitad Irgendwie so, muss man gleich gucken Gegen Rom haben wir auch verloren Genua 3-1 Gegen Inter wäre jetzt nochmal wichtig Vor der Winterpause zu gewinnen Weil sonst 2-2 Sieht gerade Meisterschaftstechnik auch nicht so gut aus Wir haben jetzt schon einige ohneentschieden gespielt Wir haben schon einige Spiele verloren Also am Abwarten Ist natürlich noch alles drin Aber Pokal gegen Spezia Wir spielen immer gegen diese Spezia Oder was heißt immer? Aber wir spielen so oft gegen die auch in der ersten Runde Und einmal sind wir gegen die rausgeflogen Deswegen Ich weiß nicht, ob es klappt 3-2 Danach geht es gegen Lecce Empoli vorher Und Hellas Verona Hier mittlerweile unser Lieblingsgegner Unser größter Konkurrent Ich sag's euch Hellas Verona Letzsche 2-1 Knapp wieder gewonnen Egal Sieg ist sieg Old Champions League K.O. Phase Gegen Bayern Pokal vor Gegen Bologna 3-1 Es läuft Ich würde sagen Wir haben gerade eine Siegeserie 4 Spiele am Stück gewonnen Gegen Bayern ebenfalls Läuft bei uns Hartes mit auswärts Mit dem Rückspielpokal Aber Es war glaube ich knapp Wir haben ein bisschen Spiel auch nur knapp gewonnen Also 2-1 Auf dem Rückspiel Gegen Bologna Reicht aber Ich kann nicht mehr reden Dann geht es in der Liga Gegen Bologna 2-0 gegen Bayern gewonnen Nach dem 2-1 Minchspiel Zwei Siege reichen Easy zum Weiterkommen Dann geht es ins Viertelfinale Gegen Real Madrid 1-0 gewonnen 2-2 reicht Getafe Halbfinale Die waren schon bei uns In der Gruppenphase Ganz kurios Haben sie einfach Ins Halbfinale geschafft Wir verlieren gegen die 2-1 Junge, Junge, Junge Was ist denn mit Getafe Los? Was haben die denn für eine starke Mannschaft? 1-1 Wir fliegen einfach Gegen Getafe raus Oh mein Gott Pokalfinale wenigstens Gegen Rom Also Champions League Das war es In dieser Saison Pokalfinale wenigstens noch gewonnen Können wir noch das Double holen Beziehungsweise Wenn wir das Double holen Haben wir insgesamt 4 Titel gewonnen Weil wir die beiden Supercups Vorher gewonnen haben 4 Titel von möglichen 6 Geht Würde ich sagen In Ordnung Gar keine Frage Ihr wisst es Wir haben ja hier E in einer Saison Mal gucken, ob wir Meister sind Ja 95 Punkte Alter Shit Ich glaube wir hatten auch noch nie In keiner einzelnen Karriere Über 100 Punkte Oder? Bin gerade mal überlegen Irgendwie so mit City Oder Real Aber ich glaube wir haben nie Ich meine sonst Das hätte ich mir wahrscheinlich gemerkt Wir hatten glaube ich nie Über 100 Punkte Das ist nur so ein Ziel Das wir vielleicht mal packen Könnten irgendwann Das wäre vielleicht ganz nice Mal über 100 Punkte einzufahren Aber ist auch schwer Muss man sagen Aber diese Saison Waren wir relativ knapp dran Obwohl ich am Anfang dachte Wir wirklich am Anfang 1-2 Mal unentschieden Und gespielt haben Und verloren haben Aber Naja Hat gereicht Was soll's Man kann ja maximal Ich bin gerade am Rechnen Wie viele Punkte man einfahren kann 40 Spiele mal 3 wären 120 Punkte Das sind allerdings nur 38 Spiele Deswegen ziehen wir 6 Punkte ab Das heißt es müsste 114 nur zu vergeben geben Mendes hat sich verbessert 1 Punkt Alvarez ist auch 1 Punkt hoch Castro ebenfalls Mois Ken auch Kulusewski auch Kiesa ist 2 runter What? Locatelli ist auch 1 runter Missoui ist hoch Der ist 2 hoch Gute Saison gewesen Aber wir müssen Kiesa und Locatelli austauschen Weil die sind beide runtergegangen Und Kaisa ist sogar auch hoch Für den kommt Kammerbinger wieder rein Scheiße ich hab den vergessen Auf die Bank zu packen Naja geil Das war's von der heutigen Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Leute wenn es euch gefallen hat Lasst gerne ein Like da Lasst gerne ein Abo da Kiesa werden wir noch Irgendeinen Jugendspieler bestimmt für bekommen Wir verlängern da noch kurz die Verträge Schreibt mir mal gerne in die Kommentare Welche Mannschaft ihr nach dieser Karriere hier Mit Juventus sehen wollt Der ist schon 28 mittlerweile Den können wir eigentlich auch mal austauschen Weil der verbessert sich eigentlich gar nicht Der hier auch Da hab ich kurzzeitig gedacht Der kommt vielleicht auf eine 99 Weil wir den mit 90 geholt haben Mit 21 Jetzt ist der 28 Oder 27 Hat sich 2 Punkte 3 Punkte Sorry 3 Punkte verbessert Naja Also schreibt gerne rein Welche Mannschaft ihr beim nächsten Mal Hier in dieser Karriere sehen wollt Ich würde mich sehr freuen Leute Und dann würde ich sagen Mois Cannon ist auch noch auf eine 91 Kommt das schon ganz nice Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Kulusewski Vielleicht kriegen wir den noch auf eine 90 Hätten wir noch wenigstens maximal hier irgendwie rausgeholt Macht's gut Haut rein Und